Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer Folge von Let's Play Minecraft Online. Wir haben ein ganz großes Projekt und ich habe Anne Xtreme hier. Ich habe die Lady dabei. Der Mann ist hier. Der Hoppel ist dabei. Und der Meier ist auch hier. Und Wolf ist auch dabei. Hallo Wolf. Ja, Wolf kriegt gleich mal auf die Schnurz. Oh, weil ja, da habt ihr hier was vorgenommen. Ja, wir haben ein ganz großes Projekt vor uns. Wir wollen heute mal so ein bisschen Stadt bauen. Einfach mal so eine moderne Stadt hatten wir vorgenommen. Ja, und dafür brauchen wir eigentlich noch den richtigen Platz. Ja, ne, die Katastrophe zu essen geht los. Ja, aber wir haben hier so an. Ja, um mit Vorfeld zu sagen, wir fangen nicht ganz bei 0 an. Wir haben schon mal so ein bisschen was gefahren. Heute so, wir müssen ein bisschen Aufnahmevorbereitung machen. Dadurch sind auch wieder schon wieder drei Tage verstrichen. Ja, und ja, da haben wir uns zum Beispiel die Zombies geärgert und so wie das halt ist im Leben. So, haben wir alles? Können wir hier rausgehen oder? Oh, Hoppel ist geil. Du frisst das erste Mal da essen. Du bist ein Spinnenauge vergiftet. Geil. Lady, hast du noch mehr zu essen? So. Hoppel, du darfst nicht alles in den Mund stecken. Ich hab noch was zu essen. Ich hab noch was zu essen. Wer braucht noch was? Ich, 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 ich. Ich. Ich, ich, ich. Und dann kommt mal her hier bei mir. Wer ist ich? Wer esse ich? Hier, Knuss. Hoppel. Hoppel nimmt alles in den Mund. Und ich brauch noch was. Maja. Danke. Skyper, du da lachst, Lady. Ja, das wollte ich auch grad fragen. So. Ja, der Mucki hat immer was zu essen für euch. Wenn ihr Hunger habt, ich hab auch ganz, ganz stark die Lady an meiner Seite heute. Wir wollen da ein bisschen. Ne, die kümmert sich ums Essen. Wir machen hier einen Rest. Oh ja. Die Lady darf sich in die Küche schmeißen. Okay, wo wollen wir hin? Lass uns mal einen vernünftigen Platz suchen. Das hat sie selbst gesagt, dass wir nicht ihr die Küche aufgestellt haben. Warte mal, ich hab da hinten was. Ich glaub, ich hab hier was ausgespäht. Warte mal, welche bin ich? Ich bin der Weiße. Und wir müssten hier in diese Richtung. Hier kommt, glaub ich, Flachnach. Ich bin hinter dir. Alle im hinterher, Alter, wie im Gänsemarsch, du. Alle rennen sie mit ins Verderben hier. Ja, ich glaub, das war ein glattes Fail. Das ist doch kein Flachland. Hier sind nämlich Berge. Ja, hier ist ein Berg. Ja, so flach, Junge. Sehr flach. Ja, wir können ja mal hinterm Berg gucken. Wenn wir in den Dschungel rumgammeln, dann werden wir das auch nicht. So, ich geh da mal gleich rüber, das Zuckerbohr abbauen, was? Ja, immer eine Mild. Ich hab hier so eine Kokosnuss, aber das ist halt Kakaobogen. Das ist mir alles zu viel Bier. Ja, ich hab schon. Meine hat die Kokosnuss geklaut. Wo seid ihr? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Ja, ist ja hier sehr flach im Flachland. Hier ist ein Ocelot. Mokko haben wir uns schon wieder auf Mokka verlassen, ne? Ja, ich kann ja nichts geben. Ja. Ist wie bei Battlefield, wenn Mokka einen Server aufsucht ist, genauso. Ohne Beurteilung. Hallo. Ja, es ist Flachland hier. Hallo, ich höre zu. Oh, hier, hier geht das doch schon. Hier sieht doch gut aus. So ein bisschen bergig. Ja, flacher Wetter, glaube ich, hier nicht. Oder? Ist hier eine Wüste in der Nähe? Hast du vor, das in der Wüste zu bauen? Nee, aber für Glas, für eine moderne Stadt brauchen wir sehr viel Glas. Und da brauchen wir nicht so weit rein. Ja, das stimmt. Und um nochmal zu erwähnen, das ist hier überleben. Also wir fangen hier gar nicht an mit kreativ und so ein Quatsch. Wenn man das ja mal alles so ein bisschen spaßig halten. Nee, das ist ein spaßig. Lady, ich habe eine Rose für dich. Ich habe schon Zeit. Hier würde ich ganz geil finden. Mit dem Berg hier vorne und. Was sind Sie denn? Lady, guck auf die Map, Lady. Ich habe drei Rosen und vier Nails für dich. Ah, schön, da kann ich wieder Warte färben. Warte mal, du bleibst hier. Nein, nein, nein. Ich habe bloß richtig flach ist das hier aber auch nicht, muss ich sagen. Da muss man alle Hand abtragen hier. Du kannst ja alleine schlafen. Willst du wirklich das auf eine gerade Platte bauen? Ich fühle mich ein bisschen hügelig, muss das doch sein, oder? Lady, guck mal, Mann, er ist eifersüchtig. Ah, du bist doch überhaupt nicht. Ja, der in Lavor, Mocker. Wir folgen dir. Ja, ich habe ein bisschen Zuckerrohr abgebaut. Wo denn? Was ist das denn? Ich muss noch ein bisschen Schein hier machen. Ja, Lady. Gebt mal. Und hier? Hier muss man ein bisschen was abtragen, ne? Und auffüllen. Dass wir so ein bisschen gerade Fläche kriegen. Es wird wieder dunkel. Ich würde sagen, hier mit dem See und so hier bleiben wir. Also ist meine Meinung, wenn ihr woanders hin wollt, dann gehen wir woanders hin. Dann fahr doch mit Absicht. Nein, das wollen wir hier alles abtragen hier, oder was? Das kann noch ein bisschen hügelig sein. Das ist ja auch nicht genau gerade. Aber wie willst du denn, wie willst du denn den Berg eine Straße hochbauen? Ja, Treppen. Ja. Und du wolltest ja wirklich so eine Riesenplatte haben, wo du es draufstellst. Ja, Leute, ihr seht, die erste Folge wird sich darum handeln, das geeignete Bauland zu finden. Ja. Die Grundschutzpreise sind anscheinend. Leute, hier habe ich hier zwei Versicherungsvertreter. Du sind wie die Geier. Ich würde sagen. So haben wir noch was zu essen? Nee. Oh Mann, wie lange geht's schon. Kann ich mal jemand sagen, ob wir jetzt hier bleiben oder woanders hingehen? Ja, wir bleiben hier, würde ich sagen. Gut, dann fange ich an. Dann mache ich erstmal ein bisschen verrottetes Fleisch. So. Gib mal hier so ein Crafting-Table, Mucka. Hast du ihn mitgenommen oder hast du ihn da liegen lassen? Hoppel, komm mal mit. Den habe ich mit. Hoppel und ich gehen fahren. Ich habe auch einen hier. Gut, also geht ihr quasi erstmal fahren. Also wir bräuchten Holz, Eisen, Eis und Scheiß. Ja, Daniel und ich gehen unter die Erde oder Hoppel und ich. Und die Creeper brauchen wir hier ja nicht. Mucki, bauen wir mal einen Tee. Mucki, bauen wir mal einen Tee. Ja, der ist hier unten. Hier ist der Table. Hier, hier, hier. Ja, hier. Oh, 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 oh. Ich habe dann nicht ins Ruhe, ne? Dann können wir gleich hier eine große machen. Dann suche ich mal, auch da hinten ist ein Creeper und ein Versicherungsvertreter. Und da oben ist auch noch einer. Hoppel, da nicht so dicht dran gehen an den, der kommt zu dir zu und explodiert. Scheiße, nicht weg, nee, renn weg, in eine andere Richtung. Nicht zu uns nach Hause hier. Boah, scheiße. Scheiße. Lauf, Hoppel. Lauf, 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 lauf. Da ist noch jeder. Renn weiter, da sind zwei. Hoppel geht drauf. Ja, das Text, der Texte-Pack ist hier statt. Na, ich glaube, das passt ganz gut dafür, dass wir, dass wir so eine Art in der Stadt bauen wollen. Damit seine Karte ein. Ich habe schon so machen, er sollte hier herlotsen. Naja, ungefähr genau in die Richtung musst du. Soweit seid ihr ja noch nicht gekommen. Meine Karte, die brauchen ja gleich wieder. Ja, ich habe so. Ich würde sagen, am ersten, als erstes erstmal, um hier drei da anbauen, damit wir hier auch wieder nachkriegen. Meine, wo bist du denn, du, oder? Ich bin hier rein. Ich werde dafür, wir bauen noch ein bisschen die Erde zu meinen, was braucht ihr? Die Erde ist hax. Was habt ihr hier jetzt für ein Dingens benutzt? Baustoff? Wie, Baustoff? Haltstecks. Bitte? Haltstecks. Breder. Das ist Holz, das ist, das sind Bretter. Das sind Holzbretter. Oh, ein Ocelot. Oh. Miau. Ja. Warte, hier mache ich noch eine Tür rein, ne? Wo ich gerade ein Loch reingeschauen habe. Macht ihr es mir? Kann ich hinten zum Garten raus? Wunderschöne. Wunderschöne. Wunderschöne Wassermelung. Oh, mit schwarzen Punken. Sieht gut aus, ne? Wer hat meine Karte eingesammelt? Ecke, wo bist du? Ich baue das einmal mal ab. Ich habe mir gedacht, wir bauen das mal einmal hier so ein bisschen höher, weil sonst... Warte mal. Höher, ne? Ist das nicht so... Fällt deine Decke auf den Kopf? Ja. Sonst auch irgendwie ein bisschen Werkzeug, oder? Kann auch sein, dass es meine ist, das weiß ich jetzt nicht. Warte mal. Was hat es noch bei? Du hattest bei... Steinschwert. Weizensamen hattest du bei... Schwert hattest du bei... Hier ist irgendwas, ne? Ja, ich hör schon. So lange die Füren zu sind. Ja, das ist gut. Ich hab irgendwie auf Höhe von drei, oder was? Ähm... Da oben was du machen? Oder Höhe von vier? Oder Höhe von vier? Ich hab kein Holz mehr. Ja, also Höhe von vier zu machen, ne? Also jetzt oben rauf quasi. Ja. Hä? Kommt das Ding her. Schön vier gegen den Bunker. Von mir. Alter. Mann, ich komm nicht in die Tür rein. Hab das erste Eisen gefunden. Gut. So, das heißt, noch eins höher, ne? Wenn wir jetzt die Sachen... Okay, ich hab gar nicht mehr viel Zeit. Oh, der schießt eh noch mit einem Pfeil und Bogen. Ich hab kein Holz mehr. Aber... Ich kann was pflanzen. Da komm ich dann auch gleich mit. Ich glaub, ich hab nämlich 14 Mal die Pfeil zu machen, oder so. Und Kakao-Wohnern hab ich's auch schon auch geerntet. Und dann werd ich gleich mal ein paar Tiere essen. Ja. Ja. Könnt ihr noch... Ich hab auch einmal Wolle. Ich hab ein Stück Wolle. Ja. Wolle mal. Wolle mal. Hey. Wenn wir uns alle abwechselnd einmal schlafen legen hier. Genau. Dann können wir hier mal speichern. Das kann man ja hier. Oh. Oh. Ja. Oh. 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 Alle einmal Probeliegen. Hoch mit dir. Hoch mit dir. Hoch mit dir. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Ja. Da kommt gleich Ladies Vorzüge raus. Ähm. So. So. Dach ist fertig. Am besten bauen wir irgendwie eine Treppe nach oben, oder? Maja, wo bist du? Hast du da irgendwo einen Tunnel oder sowas gefunden hier? Wo du drin bist? Ähm. Ich hab irgendwo noch für Eisen. Oh nein. Versicherungsvertreter. Also Versicherungsvertreter sind bei uns hier die Zombies. Ja. Hier unten in der Kiste. Ah ja. Gut. So. Wir brauchen jetzt einmal eine Hacke. Ich baue eine Hacke. Was mag ich denn jetzt? Ich stehe hier unnützt in der Ecke. Hänge. Farm. Also. Heisen. Cool. Ich baue jetzt hier aus unserer Wohnung aus. Und unserer Wohnung aus. Fange ich an mich noch zu graben. Also ich würde mich da anschließen, wenn wir jetzt hier irgendwie. ja genau da hinten warst du eine mine ein das ist nicht gut da kommen wir hier noch ein kuh los hinter dir habe ich eine laterne hingeschmissen hast du gekommen